und herzlich willkommen zu meinem youtube channel testen wir mal das nächste also beziehungsweise ich habe schon getestet das war diesmal ein produkt von der firma lique 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 und zwar in der geschmacksrichtung ich weiß nicht was ihr sieht ist wahrscheinlich gespiegelter wassermelone italien flavors aus teil hat ich weiß nicht ob man sehen kann hat sechs umdrehungen also 66 milligramm nikotin ja und das habe ich heute nacht mal mal so probiert weil ich habe viel gutes über melone soll interessanter geschmack sein ach ja richtig fruchtig finde ich hat wie man sieht hat es eine tolle dampfentwicklung also ich finde so was ja richtig geiles dampf hier vorne man sieht das jetzt gar nicht mein ganzes armaturenbrett dampft ich finde es lustig auch auf lunge schön zu rauchen richtig richtig gut ja wie gesagt das habe ich jetzt getestet und schmeckt mir super gut das ist auf jeden fall eine meiner favoriten direkt geworden ich glaube das hole ich mir öfters mal testen tue ich natürlich nur einmal ist klar ja gut dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen bei der gelegenheit habe ich mir noch mal noch ein anderes geholt und zwar cola das werde ich morgen testen also bleibt dran wenn euch das video gefallen hat lassen wir eines like da oder abonniert mich oder wie auch immer oder guckt auf meiner facebook seite vorbei und wenn ihr tipps habt und tricks ja probier mal das oder probier mal das dann schreibt es dann bitte in die kommentare unten rein alles klar bis dann tschüss bis jetzt bis jetzt bis jetzt Vielen Dank.